Das ist ja dann die Falle abgebrochen. Ja. So, warum kommt das nicht so mit? Wir nehmen mal die Kanne. Die Kanne geht doch nicht. Wir müssen jetzt gucken. Dann gibt's den Betätigen. Wenn ich jetzt hier drücke, da geht das auch nicht mehr auf. Im Schloss ist hier die Nuss und hier ist noch so ein kleiner Hebel dran. Und der sollte eigentlich dafür sorgen, dass hier die Teil zurückgeht. Das geht nicht mehr. Ich baue da jetzt ein neues Schloss ein und dann müsste das wieder funktionieren. Dann kriegen Sie ein neues Schloss, einen neuen Zylinder rein und dann den alten Schloss schrauben wir wieder ran. Ja? Okay, dann machen wir das so.